Die Strassen habe ich nun fertig eingezeichnet, kann das kurz zeigen, ich blende das Wasser ein und die graue Fläche. Mich interessiert eigentlich nur alles innerhalb dieses Rechteckes. Was jetzt noch fehlt, das sind die Objekte wie der Hauptbahnhof, Haltestellen für Bahnhof und der Zielort, das Hotel wieder. Ich werde mal die Flächen wieder ausblenden, neue Ebene Objekte. Den Hauptbahnhof werde ich hier einzeichnen. Ich muss jetzt hier noch wechseln, zwischen Fläche und Kontur und die Fläche ist dunkelgrau. Tramhaltestelle, das wäre die hier. Habe ich schon vorbereitet bei den Symbolen. Pack die mal. Nehmen die hier an den Rennweg. Und ebenso den roten Punkt für das Hotel wieder. Blende kurz ein, was ich bis jetzt habe. Den Hauptbahnhof, die Strassen, Tramhaltestelle und der Zielort. Was jetzt noch fehlt, ist die detaillierte Beschriftung des Ganzen. Die Beschriftung werde ich im letzten Teil platzieren und anpassen. Die Beschriftung des Ganzen.